Panastei Cooler Panastei Panastei Cooler Panastei Hallo Hallo Das hier ist Die erste Folge von Gary Smart Mit Gelassys Und Keras Und Keras Und ja Hier erschießt man sich gegenseitig Und das war's Und das war die Begrüßung Pferdelt Die war geil Also besser hätte ich es nicht gekonnt Ich weiß, ich weiß Die war mega gut Ich bin auch gestorben Ja, das war der Pro Ja, man merkt, dass die schon jahrelang Videos macht Ja, total Jahrelang Okay Also ich denke mal Cupcake ist Tee Wow What? Ah, heiß Ja, geht doch gleich mal Oh, Keratz Oh, geil Oh, geil Das will ich gar nicht Das will ich Oh, jetzt sind wir alle hier Aber jetzt Tee ist Der hat ihr leicht Da halten jetzt Ziemlich viele Ich glaube, das ist es nicht Warum weil er tot ist Oh, was bin ich auch schocken Au, ich bin ja schocken Au, der ist tot Oh nein Ach, scheiße, ich fall wieder runter Keras, was tust du da? Bist du das Wahnsinn? Ja, ist der Ja Oh, wer ist denn da untergefallen? Ich sehe da noch einen runterfallen Ach, scheiße Ey, nehme ich mit Oh, wer ist denn das? Oh, Keratz Keratz ist verletzt Achtung Ja, Keratz ist ja auch Keratz, Keratz schießt auf mich Keratz ist es nicht Wo ist er? Keratz ist es nicht Er war Inu Sag ich doch Der stand bei mir die ganze Zeit oben Und hat mich nicht abgeschossen Also kann Aber wieso hat er dann Wieso hat er dann Panda abgeschossen? Ja, ich wette Panda ist das Nee, Panda ist tot Ey, ernsthaft? Ja, Panda ist tot So, dann kann es nur Pido sein Wieso? Nein, nein Weil Pido immer so ruhig ist Oder Cupcake Ah, Cupcake ist es Nein Ich tue nur so Es ist Winter Ich friere euch Ich kann nicht so viel beten Oh, die Böden Nein Doch, Cupcake war es Ich bin der Beste Geil Oh, wie ist da, ne? Alter, Keratz, warum erschießt du mich? Also, also, warum? Oh, ja So Ich mache euch alle platt, Alter Ich bin Oh, oh, ich bin in den Hof Oh, hops Da ist mir die Shotgun ausgerutscht Ja, die Böden Panda Was, die Huren? Ich vertraue mir Vertraue mir Ja, vertraue ich dir Ich vertraue dir so schnell, dass ich abhaue Ja, ja, ich bin hinter dir Ich bin direkt mit dir Damit wir zu zweit sind und er dich schön abschließen kann Ja, ja, wir müssen ja alleine sein Okay, irgendwo der Kuh hat abgeschossen Ich vertraue ich dir nicht Panda? Panda Okay, Panda ist tot Zarkon? Zarkon, wenn du noch lebst, sag was Okay, Cupcake Panda, du, du voll tot Oh, redet der hier einfach nicht Oh, der ist im Keller Achso, ne, ne, der ist tot So lacht er dann Warte, darf ja lachen Oh Eras, ey, du willst mich auf den Arsch Schnell Leute So Genau Sarkon, die ganze Zeit einfach still, Alter Hört ihr meinen Hintergrund eigentlich? Ja, wir hören deinen Hintergrund Okay Okay, Sekunde Wer warst du denn gerade überhaupt? Leute, wer warst du denn gerade überhaupt? Ich Du So, Keras, das ist, okay, Keras, Keras Spring Keras, spring Komm, spring Okay, ich sag, du spring Oh, er ist es Ja, er ist es Keras, das ist es Ich spring Du springst? Ja, Sarkon ist es nicht erst gesprungen Warte, ich komm auch Oh, nein, ich weiß noch nicht Was? Willst du mich verarschen, Alter? Alter, ich schieß alles drauf, was ich hab und er lebt noch, Alter, was da tut Er hat den God-Mode an, Alter Ja, 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 gut, okay Wieso, pass auf, ihr, der Sackon, der schummelt Ich hatte 13, der will Manns Say what? Ich wüsste, dass du das bist Scheiße, Alter Ich pfeffer ein bisschen, die Augen, Alter, und ich sterbe, ey, unglaublich Bin, Enno Ja, ich auch Ich auch Buchstabier mal Erinnerung. Ich natürlich auch. Wir haben jetzt ne Granate. Also Nana ist es. Hä, nein. Wieso bin ich es denn? Wer hat grad die Granate auf mich geworfen? Keratz und ich, wir sind es nicht, weil wir kuscheln zusammen hier grade. Aber wirf doch keine Granate auf mich. Ich hab doch nichts getan. Ich hab mich auf dich geworfen. Ich hab irgendwo hingeworfen. Keratz. Das war so random grad. Das ist unglaublich. Das tun mir leid, ich hab mich grad voll erschrocken. Das war ich. Das geht gar nicht. Ich hab mich grad nicht voll erschrocken. Keratz stirbt einfach nicht. Der ist unverwundbar. Kein Ding. Boah. Hast du zu lange im Feuer oder was? Warum du auch? Du bist bei mir auch so schwarz. Jemand ist tot. Echt? Ja. Ich war es nicht. Ja, mit. Ich war mit einem schwarzen Mann unterwegs. Ähm. So, nochmal. Also Keratz ist bei mir gut. Wer ist der blaue Sonic? Das ist Pilo. Ich bin der Leder. Keratz ist beide wahrscheinlich. Nana ist tot. Nana ist tot, dann ist es Sarkon. Oder Keratz? Nee, nee, wenns Sarkon gewesen wäre, hätte Nana auch umgemehrt. Verdammt. So, du bist wieder am nächsten. Oh. Ich bin aus Versehen in die Bühne gefallen. Nein. Oh! Drecksarbeiter. Oh, ein Keks. Oh, ein Keks. Oh, ein Keks. Oh, ein Keks. Geil. Ihr mögt doch alle. Boah! Oh, das hat mir wegetan. Oh, das hat mir wegetan. Ah, nee, doch nicht. Nicht ins Wasser. Neeeeee! Jemand hat ne Tuche. Oho! Ich will auch eine. Hier liegt ein Selbstdings oben im Tower. Hier liegt ein Selbstdings. Hat mich erwischt. Weiß nicht, wer es aufgestellt hat. Okay, es ist ähm... Es ist Grabkick. Ja. Mich hat's doch erwischt. Ja. Haha. Hm? Ich hab mich doch erwischt. Ich dachte, das Ding fällt oben auf der Seite. Okay, jetzt ist es aufgefallen. Ich geh jetzt nach oben, wenn da oben kein Holz. Ach, das ist ein Holz. Gehen wir doch. Ich geh wieder hoch. Ich geh wieder hoch. Leute, mach dich auf den Kopf. Wie ist alle auf? Frosche. Alter, was hab ich denn? Der Trader ist oben auf dem Turm. Er ist ein Serrat. Wir schießen nur auf die Frösche. Ja. Ey, du Schildkröte. Ich hab' ne Schildkröte. Ich hab' ne Schildkröte. Ach, die greifen mich an. Scheiße. Jawoll. Haha, Keratz. Ja, ja. Trecksorgen. Crabblehook, man. Ah. Keratz, Alter. Steht da oben, Alter. Superpanda kommt, Alter. Und tönen die, Alter. Oh, ich wär bei einer gestorben. Sehr gut. Ey, ihr wisst ja. Weil's ihr tot seid, könnt ihr auch Deathmatch machen. Ja, ja. Hab ich gesehen. Ey, was ist das? Spectator Deathmatch. Als Geist. Kannst du töten, wenn die auch geistert sind. Ah. Okay, Sarkon, das ist nichts. Sarkon, geh mir aus dem Weg. Geratz ist es auch nicht. Oder? Geratz, bist du's? Ja! Was? Legt da einfach so hart vor. Oh, Leute. Die schießen nicht wieder alle gegenseitig. Ich hab' röse Milch. Nein, der ist es nicht. Oh Gott, was tust du? Wer ist denn da jetzt hoch? Nein, Geratz ist es nicht, Herr Katz. Hat das bei mir. Ich spring' runter. Nein, hör auf. Mach doch kein Selbstmord. Ja, scheiße! Das ist so blöd, das ist halt so. Also, Geratz und Nana sind zusammen und noch einer? Ja, das ist es nicht. Geratz hat Sarkon gerade umgebracht, weil Sarkon jetzt meinte, komm, töte mich, töte mich. Okay, 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 jemals Sniper von oben. Und zwar... Panda, die Drexer. Was? Ich weiß noch nichts. Irgendjemand Sniper von oben. Irgendjemand hat Geratz weggeholt. Du bist so gelb. Alter. Hab' ich dich getötet? Nein, ich lebe noch. Ich hab' nur so die Sahne zuerstruhen. Ich hab' noch... 7. Für KT. Also, Panda hat gerade gesnipert. Ja, aber ich hab' keinen getötet. Ja, aber ich hab' keinen getötet. Snipern ist Snipern. Was? Ich brenne, oh Gott, wie so brenn ich. Ja, weiß ich doch nicht. Ja, du heiß bist. Äh, Nana, wieso bist du eigentlich so angeschlagen? Ja, weil ich gerade gebrannt hab. Ja, weil sie nämlich Trader ist, ey. Nein, bin ich nicht. Badly warm. Ja, haha. Meine Oma hat auch immer gesagt, sie wär' nicht alt und ist trotzdem alt. Bilo, ey. Ja, das ist was. Wir dürfen nicht reden, wie so groß. Wir dürfen nicht reden, wie so groß. Wir dürfen nicht reden, wie so groß. Gutes Fallbeispiel. Pfff. Jeder Handmana, ey. Ist schön, alles aus der Luft zu beobachten. Äh, irgendwas flitzt hier jetzt rum. Okay, Cupcake, du bist, du bist Detective. Wo ist der andere? Wo ist der, der Keras gerade weggearbeitet hat? Leider. Ja, Sakon rennt hier irgendwo rum. Ne, Sakon ist tot. Sakon ist von meinen Augen gestorben. Aha. Ja, es gibt auch Fake-Leichen, ne? 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 Nein, weil Keras Sakon ungewandert hat. Wie? Oder etwaisch? Oh. Was war das jetzt? Oh, mir wird langsam schlecht hier in der Luft. Wo ist ein paar da? Ist der oben? Ja. Was planscht hier rum? Ey, der muss eh uns holen, wenn nicht wir ihn. Du bist jetzt oben im Turm, ne? Ja, ja. Okay. Panda, ich sehe dich geweckt. Pass auf, Bieb. Genau in die... Bieb! Was? Oh Panda, du Drecksschwane. Nein. Nein! Nein! Ich bin's nicht! Ich bin's nicht! Ich bin's nicht! Nein! Nein! Du drisst mich nicht! Ich bin Detective und schwere hier rum. Du drisst mich einfach nicht! Es ist jetzt scheißegal, ob ich nur noch LVP hab. Alter, das war gescheatet, Alter. Ja, total. Ja, total. Boah, bleib doch mal stehen, ey. Wie soll ich dich so treffen, Alter. Boah, bleib doch mal stehen, ey. Wie soll ich dich so treffen, Alter. Scheiße. Ja, Mann. Ah, scheiße. Oh, hab ich jetzt Glück gehabt, ey. Minute, Sekunde später nicht mehr tot gewesen, Alter. Boah, scheiße. Aber hab ich gerockt die Runde, Alter. Hab ich gerockt, Alter. Ja, total, du. So war da kein Wachter. Ey! Da kommt! Ach, ja. Willst auch wieder Traitor werden? Ah, ich bin Traitor. Egal. Ah, ich bin Detective. Was, du bist Traitor? Ich bin Traitor. Ich bin Mutter. Ups. Bin ich schon wieder runtergefallen. Dargon ist bei mir. Er ist böse. Er hat rote Augen. Oh, ja. Er ist T. Okay, dann komm mal her. Ich geh jetzt hier rein, okay? Geht da rein. Ja, ich geh jetzt hier rein. Komm her. Nein, 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 nein. Keratz, Keratz ist bei mir. Keratz ist bei mir. Keratz, nein. Geh rein, okay? Geratz, pfui, pfui. Pfui, Keratz. Geh weg. Geratz, pfui mit der Shotgun. Panda, geh mal da rein. Geratz, nicht schießen. Nicht erschießen. Nein! Okay. Geratz, nicht erschießen. Also, Panda war leider eh nur. Nicht erschießen. Nein, nicht machen. Nein! Nein! Okay, pfui, geh mal da rein. Nein! Ich komm hier nicht raus. Was willst du haben, Piratz? Was willst du haben? Ich schenk dir was. Hallo, du wolltest rein. Nee, wollte ich nicht. Der ist T. Pass auf, Mann! Hä? Nee, doch nicht. Guck mal, der Dreckschrein. Dieses Dreckschrein, Alter. Komm mal bitte, ähm. Oh, alle sind hier oben. Die drei. Ach, ihr habt das, ich seht genauso aus. Was tut Geratz da? Was hast du grad gemacht? Wieso hast du jetzt... Anna, komm mal Deathmatch. Ich bin cool. Komm mal rein. Dann einfach, ähm, schreibst du in den Schalter Ausrufezeichen und dann DM. Cupcake? Ich weiß, dass du's bist. Nein, ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Ich hab das nicht geworfen. Was ist das grad? Was ist das? Was ist das? Pilo! Ey! Was war das? Nein, Mann! Tod? Ja. Geil, ne? Geil. Ich hab doch gesagt, Pilo, ey. So, welche mehr wollen wir spielen? Ja. Ähm. Waterworld. Nee, wir spielen das hier. Okay. 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 Kannst du mal Folge beenden, oder? Ja. Ja, ist auch gegangen. Wir machen hier einen Schnitt. Na, na, darfst tschüss sagen. Jo, das war's für heute. Das war's für heute. Geil. Das war's für heute. Auf Nimmerwiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Äh. Ist auch beendet. Schon vorbei? Tschüss. Tschüss.